Mein lieber Bruder und Schwestern, wir reden Inshallah Ta'ala über das beste Wort, was es auf dieser Dunie gibt. Das beste Wort, was es auf dieser Dunie gibt. Und das ist der Schlüssel vom Paradies. Das ist der Schlüssel vom Paradies. Dieser Wort, Bruder, ist der Schlüssel vom Paradies. Und die haben gefragt, was ist la ilaha lallah, stimmt das ist la ilaha lallah ein Schlüssel vom Paradies? Er sagte, ja, der la ilaha lallah ein Schlüssel vom Paradies. Aber jeder Schlüssel hat die Zähne. Jeder Schlüssel hat die Zähne. So, und dieser Schlüssel macht die Tür nicht auf. Und die Zähne von la ilaha lallah, die heißt die Bedienung von la ilaha lallah. Die Bedienung la ilaha lallah. Jeder, der sagt la ilaha lallah, muss diese Bedienung haben. Mein Bruder, was bedeutet la ilaha lallah? Wir sagen alle la ilaha lallah. Was sagt der Musa zu Allah subhanahu wa ta'ala, Kalimullah? Musa alaihi salam. Er sagte, ja Allah, bring mir ja was bei, was zu sagen, was keiner von deinen Dienern das sagt. Was keiner von deinen Dienern das sagt. Nur für mich. Sagt er, ja Musa, sag la ilaha lallah. Sagt er, ja Rabb, alle deine Diener sagen la ilaha lallah. Sagt er, ja Musa, wenn die ganze Himmel und was alles in diesem Himmel, sieben Himmel und was alles in diesem Himmel und was die ganze sieben Erde drin, in einer Waage. Und la ilaha lallah in einer Waage, dann wird la ilaha lallah mehr wiegen. Allahu Akbar. Bruder, wegen dieser Wort ist Himmel und Erde erschaffen. Wegen dieser Wort alles, was auf diesem Himmel und Erde, was zwischen ist, erschaffen. Wegen dieser Wort bist du erschaffen. Wegen dieser Wort die Hölle und die Paradies ist erschaffen. So gewaltig ist dieser Wort, Bruder. La ilaha nefi. Ich leugne alle falschen Güter. Illallah is bet. Außer Allah. Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, das heißt, la ma'abuda bihaqqo illallah. Keiner wird verdient, gedient, außer Allah. Ich leugne alle falschen Güter, außer Allah. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Zainat